jo liebe Leute was geht aus der Onkelzocker hier haben statt wie versprochen habe ich ja heute auf meiner Facebooksecke facebook.de slash Onkelzocker ja versprochen dass ich heute ein gemodetes Rennen zeige wo ihr auf jeden fall 100% schwitzen werdet es besteht wirklich 100% schwitzgefahr leute dazu müsst ihr drei bis vier Mitspieler diese folgende Rennstrecke testen ihr könnt das euch herunterladen für Playstation 4 habe ich das hundertprozentig gefunden auf Playstation 3 Xbox werde ich mal schauen ob ich da den passenden Link finden werde aber ich werde auch einen alternativen gemode Rennen finden falls es nicht dieselbe Strecke für die Konsolen zu finden sein sollte ja Leute ansonsten ladet euch das Ding mal herunter und ihr werdet sehen berichtet mir mal drüber habt ihr wirklich geschwitzt in dem Schwitz habt ihr an dem Kontrolle geschwitzt schwitzt schwitzt ich bin schon sowas von durcheinander leute ist jetzt echt kurz nach 18 Uhr es soll Sonntag und habe ich gesagt komme ich auch heute auch ebenfalls ein Video raus und ja wie ihr sehen könnt so oft habe ich das Ding hier verloren bzw bin so oft gestorben weil die Strecke ist schon eine kleine Herausforderung wie gesagt spielt das mit drei bis vier Spielern und stellt drei bis vier Runden ein und dann werdet ihr sehen berichtet mir gerne unter den Kommentaren falls ihr das Ding gezockt habt wie ist es bei euch so ja wie wie war es bei euch habt ihr geschwitzt in dem Kontroller wir haben wirklich geschwitzt ohne scheiß ich habe mit einigen Abonnenten gezockt und ja mir ebenfalls bestätigt dass sie am Kontroller schwitzen dahin hatten den Kontrollers hoch drauf gehauen ich dachte der vergewaltigt seinen Kontroller gerade echt krass Leute wir haben das Ding gezockt zusammen und ich habe das Ding aufgenommen dachte komm ich werde das auf jeden Fall präsentieren da der andere den anderen wegschubst den schubst ich auch weg und ich bin jetzt selber gestürzt nein der hat überlebt hat er richtig Glück gehabt ja und der kommt gerade gleich hoch aber ich glaube ich werde jetzt ebenfalls verlieren ja war klar dass ich wieder mal abstürze ja ansonsten könnt ihr euch das Ding herunterladen und schreibt mir mal in den Kommentaren wie wie war das Rennen wie wie habt ihr geschwitzt habt ihr wirklich geschwitzt also wirklich ich habe extrem geschwitzt in dem Kontroller ich muss meinen ganzen Kontrollen mit Taschentuch danach sauber machen mit die Fiktionsmittel sogar Leute das war so krass also das ist wirklich eine kleine Herausforderung das ist wirklich eine Herausforderung Leute schaut in die Videobeschreibung da wie das Ding verlinkt und ich werde mal schauen ob ich für Playstation was passendes finden werde aber für die Xbox auch ansonsten werde ich wie gesagt ihr kennt den Onkelzocker werde ich einen alternativen Gummut in die Videobeschreibung verlinken und sonst bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und lasst doch einen Daumen hoch falls ihr das Video gefallen hat und lasst doch einen Kommentar da ich würde mich sehr freuen euer Onkelzock bedankt sich jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag euer Onkelzock bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal